So, wir sind jetzt Ortsausgang Hochspeyer, fahren Richtung Johanneskreuz, später ins Rinntal. Es hat heute Mittag geregnet, es ist also noch mit feuchten Stellen zu rechnen. Ab geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020